Hallo Freunde, ich bin der Felix, das ist der Kuba, zusammen sind wir Frenchy Erziehungstipps und wir haben im letzten Video euch gezeigt, wo wir waren, und zwar im Bayerischen Wald und dieses Mal zeigen wir euch, wo wir untergebracht waren, viel Spaß damit. Vielen Dank. Kuba, geh mal zum Frühstück. Geh mal zum Frühstück, los, auf Frühstück, Fressi, los. Schnell, komm. Geh mal zum Jimmy, los. Der Frühstück ist sprach mit. Ja. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Kuba! Kuba! Na komm her. Ja super! Das muss frücher sein. Das muss frücher sein. Das muss frücher sein. Das muss frücher sein. Ja, jetzt habt ihr mal gesehen, wo wir runtergebracht waren. Ich fand es ganz cool. Generell fand ich den Urlaub sehr gut. Ich glaube, Kuba hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn er irgendwie nach dem zweiten Tag nichts mehr mit weg wollte und auf der Haustür sitzen geblieben ist. Wir werden das wieder machen. Das war sehr super. Es hat sehr gut gefallen. Die Einrichtung und alles außenrum, die Wanderwege usw. war echt cool. Wir werden im September wieder runtergehen. Vielleicht sieht man sich da ja mal. Und für alle, die es noch nicht gemacht haben, lasst doch mal einen Daumen nach oben da oder abonnieren unseren Channel. Es kann durchaus möglich sein, dass wir noch weitere solche Videos drehen. Bis dahin. Ich wünsche euch was. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020